Beim alpinen Ski-Weltcup-Auftakt in Sölden sind am Freitag und damit einen Tag vor dem ersten Rennen positive Corona-Fälle in zwei Teams bekannt geworden. Die Tests seien zwar vor Ort, aber bereits am Donnerstag und damit vor der offiziellen Anreise erfolgt, erklärt FIS-Renndirektor Markus Waldner. Laut mehreren Medien ist unter anderem ein Trainer der schwedischen Herren betroffen. Die zuständigen Behörden seien eingeschritten, die betroffenen Personen isoliert worden. Das erklärt Waldner weiters. Das Pech war, dass die Tests nicht vor der Anreise, sondern direkt vor Ort erfolgt sind. Sie würden aber das oder die Rennen besser gesagt nicht betreffen, weil die Personen noch keine Akkreditierung übernommen haben. Damit sind sie auch noch nicht in ihrer Blase und der Fall ist nicht zum Event zu zählen, präzisiert Waldner. Am Samstag startet der alpine Ski-Weltcup 2020-21 mit dem Damen-Riesentorlauf in Sölden. Im letzten Jahr hat die damals gerade erst 17-jährige Neuseeländerin Alice Robinson gewonnen. Abgesagt hat es wegen einer Rückenverletzung die US-Amerikanerin Michaela Schiffrin. Bei den Herren geht es am Sonntag dann um den ersten Sieg im Riesentorlauf in Sölden.